So, da sind wir wieder. Genau, heute spielen wir The Dropper 2. Genau. Heute heißt der Teil, wie heißt der Teil? LOL, ein Dinosaurier. Ein Dinosaurier? Ne? Seine Chance laden wahrscheinlich nicht. Ja, das ist episch. Ach doch, da hinten, doch, den seh ich. Den seh ich. Genau, wir spielen heute Welcome to The Dropper 2 Newton vs. Darwin. One goal, wie immer, survives the fall. One goal, don't break blocks. Und die Map ist wieder beim gleichen Hersteller. Important. Ist genau dasselbe wie beim letzten Mal. Render Distance muss fahr sein, Brightness bright, Clouds off, Texture Pack default und Smooth Lightning off und Particles decreased. Und dann haben wir hier halt Reduce Lack, dann noch diese Infos und so und Reset Level and Scores. Ach so, dann kommen wir wieder hier hin. Wie am Start. Ja, gut, ich denke mal, das war's dann alles. Die Map ist jetzt, wie gesagt, ein wenig neuer. Die andere war von 2011, ne? Ja, und die müsste jetzt, äh, ist die von 2012 oder 2013? Ich weiß es nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins, dein Spielmodus wurde geändert. Ist man die auch alles weiß? Äh, ja. So, Game Mode, Spin Up Update. Ach so. Ah, ja. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Oh, 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 oh. Sieht das geil aus, sieht das geil aus. What the motherfucking hell. Der hat einfach nichts zu tun. Hier kannst du durch die ganzen Levels durchgehen. Ich würd sagen, guck mal, siehst du die Decke? Sind die bei dir auch so schräg, die Lichtlampen? Ja, ja. Die hat der's gemacht? Keine Ahnung. Das Vanilla Minecraft wohl bemerkt. Ähm, warte, 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 warte. This lamp means the diamond has been found in this level. This lamp means this level is done. Ich würd sagen, wir fangen einfach an mit Level 1, ne? Ja, hau rauf da. Hey, jetzt hab ich nur dich teleportiert. Das alte Problem in neuer Auflage. Hier, read me. Warte, warte, warte. Oh. Once the button is pushed, you will be teleported. TP works with relative coordinates. TP depends on your position in the room. Sit on the yellow block and stay still. Boah, wie geil das aussieht. Wie geil das aussieht. Boah, Alter, wie mörderisch. Was ne optische Täuschung. Was ne optische Täuschung. Boah, wie mörderisch war das denn jetzt. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen. Achso, du musst das Knöpfchen drücken. Boah, das ist richtig motherfucking übel. Einfach auf dem Game stehen bleiben. Oh shit, ich bin durch. Einfach stehen bleiben. Ich hab's geschafft. Boah. Boah, 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 boah. Ist das geil. Alter, das ist besser als alles andere. Du darfst dich gar nicht bewegen, ne? Ne. Dann mach ich das halt mal auch. Ja doch, dann ditsch ich auf. Ich muss mir doch was tun. Also ich musste mich nicht bewegen. Ich hab auf dem gelben gestanden. Da geht ja schon wieder gut los, ne? Wie im alten. Ich bin einfach mal wieder fett am failen am Anfang. Okay, was heißt am Anfang? Ich war beim letzten Mal dauerhaft am failen. So, jetzt aber. Also ich bin nur am gelben gestanden. Ein bisschen weiter zum Druckschnopf hin. Da bin ich einfach durchgefallen. Lass dich gar nicht bewegen. Lass Maus und Tastatur los. Gar nicht bewegen. Ne. Oh wei. Guck mal. Ich muss nur nach unten gucken. Alter, wie flashend ist das denn? Guck, geschafft. Die in Diamant hab ich schon in die Enerchests getan. Äh, okay. Äh, wo? Ach so, geil. Guck mal, der zeigt automatisch an, ob du den Diamanten in die Enerchests getan hast. Jaja. Okay, Level 2. Äh, was? Previous level must be done to unlock the following one. Okay. Haben wir da gemacht? Ja, definitiv. Ja, das geht ja schon direkt jetzt hier richtig geil los. Äh. Äh. Alter. Level 2, Isengard. Isengard zieht auf jeden Fall geil. aus, ne? Ja, du musst da runterspringen. Ja, ich hab's geschafft. Wo ist ein Wasserbecken? Ja, da. Doll, du hast es direkt geschafft. Ne, hab ich nicht. Ich bin direkt gestorben, aber ich hab direkt das Wasserbecken gesehen. Gut, ich... Ich war ein bisschen zu nah am Rad. Richtig, richtig, richtig geil gemacht, muss ich sagen. So, ich bin, ich bin unten. Ähm, wo steckst denn du? Also ich hab hier ein Schild. Mit einem Pfeil darüber. Nein, ich bin hängen geblieben. Dammit. Du musst recht weit springen, sonst... Ja, ja, ja. Ich seh's, ich seh's. Ich glaub, dieses Mal hol ich dich ein mit dem Fels. Du animo. Alter. So, ich bin hier. Push the blue button to go back to the first room. Nein! Jetzt bin ich zu weit gesprungen. Find the diamond hidden higher in the level. Ach, du Scheiße. Okay, da brauch ich dich für. Beweg dich. Auf der Seite ist einfach gar kein Wasser auf manchen Seiten, ne? Ja, muss Glück haben. Auf zwei Seiten ist, glaub ich, Wasser nur. Nein, schon wieder Pech gehabt. Gibt's doch nicht. Kann doch nicht sein. Nein, ich hol dich jetzt schon ein. Schande über mein Haupt. Diesen Tag wollte ich nie erleben. Muhahaha. Bitte, lieber Gott. Ja. Rechter bin ich nicht als du. Du bist unten? Ja. Ja, dann komm mal hierhin, wo die Pfeile hinfolgen. Ja, hier waren die Orks ja anscheinend noch nicht. Die haben ja noch nicht die Pfeile hier gefällt. Ja, wir müssen noch die Diamonds holen. Ich kann auch mit, aber nicht springen, oder? Alter. Heftig. Alter Verwalter. Gieriger, gieriger, gieriger. Nein, nein, nein. Oh, ist das gemein. Ich will die Kiste sehen. Welche Seite guckst du? Alter, ich flieg einfach viel zu hoch, ne? Und dann titsche ich wieder irgendwo auf. Warte mal. Warte, warte. So. Könnte denn eine Kiste sein? Ja, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Wo? Ich weiß, wo die ist. Ich weiß, wo die ist. Oh, ja. Ich weiß, wo die ist. Hast du gesehen? Ja. Ich habe einen Eingang gesehen. Wo kommt man denn da hin? Indem du springst. Weil, wie man einfach immer federt, ne? Jetzt habe ich das jetzt schiefen gekriegt. Taking Inventory, danke. Liebes Spiel. Ah, super. Jetzt bin ich hier. Ich bin zu weit unten. Auf der Seite hier. Das ist ein Eingang. Ich habe ihn auch gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Ja, da musst du rein. Oh, super. Wieder aufgedinscht. LOL, jetzt bin ich so hoch, dass ich den Turm fassig mehr sehe. Ich glaube, ich mache es anders. Warte, ich mache es anders. Jetzt bin ich im Level 2 Raum. Ich bin da. Hab sie. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Ich hab ihn. Ich habe ihn in die Endertruhe getan. Und jetzt muss ich erstmal wieder hier runterkommen, Alter. Ich bin jetzt schon wieder ganz woanders. Ja, egal. Fertig. Warte, jetzt muss ich erstmal das Wasser. Bin im ersten Raum drin. Ja? Ja. Warte, ich komme mit. Ja, hier hin. Jetzt ziehe ich schnell um das Ganze. Um Sarumansturm oder wie das Teil hieß. Laufen. Jetzt habe ich dich echt in den Fels überholt. Ja, hast du. Das ist ein epischer Moment. Halten wir kurz inne. Okay, das reicht. So, da ist er. Ähm, H3. Läht bei dir was? Nein. Läht bei mir auch noch nicht. Ich sehe nur das Weiße und mich. Das sind einfach... Ich glaube, es ist schon gut, dass ich ihm 16 Gigabyte gegeben habe. Ja, ich bin drauf. Ja, ich auch. Level 3. Don't see the water. Just reach the... Du bist unsicher bei mir. Ah, da bist du. Do you want to see... Just reach the floor. 5, 4, 3. Alter, Matrix, 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 oder was das ist? Ja, leck mich fett. Boah. Dank, ne, das ist so krank. Das ist richtig übel, ey. Alter, vorbeilter. Boah, da komme ich aber gar nicht drauf klar. Boah, ich bin fast beim Dia gelandet gerade. Ja, muss man die Diamanten finden? Ja, natürlich, sonst anlagst du ja das nächste Level nicht, oder? Bin ich jetzt falsch. Ich meine, man muss die finden. Die haben die ja gefunden, wie willst du den kriegen? Ah, ne, du musst erst runter und dann hoch. Wahrscheinlich, wie bei Sarumansturm. Da ist doch diese komische... Ja, ja, eben. Aber beim Dings hier, bei dem, da ist zwischendurch eine Plattform mit Glowstone am Rand. Ja, genau, den habe ich gesehen, da bin ich drauf gelandet und gestorben. Jo, da muss es noch eine Möglichkeit geben, noch zu landen. Mir lehrt nichts. Jo, ich bin gelandet. Ja, auf dem, auf dem, auf wo? Ganz am Boden. Supi. Ich weiß nicht, was mich abgebremst hat. Unter dir? Den habe ich noch nicht. Joa. Iben. Warte, ich gucke mal, wie es weitergeht. Hä, wie, was hat mich denn hier abgebremst? Klicke mal nach ganz außen. Ich denke mal, wir können beide erst runterkommen. Ja, warte, ich gucke mal, dass ich runterkomme, ja. Hier ist schwarze und blauer Schalter ohne Schrift. Ich tue mal den schwarzen. Ah, mit dem schwarzen hast du wieder den Jump Boost. Du musst erst ganz runtergehen und dann wieder nach oben gehen. Ja, du musst erst mal ganz runter, ey. Boah, Gottes Willen. Digga, alter, heftig. Das ist richtig. Allein da runterzukommen ist heftig. Siehst du ja. Mein Gott. Aber wenn du einmal unten bist, ist das relativ simpel. Wenn. Du musst erst mal runterkommen. Du musst erst mal auf die Plattform kommen. Oh, ich bin unten. Was, wie geht denn? Ich bin unten. Und da ist ein Pfeil, ne? Ja, ja, du musst den schwarzen drücken, wie vorhin. Okay. Das ist auf jeden Fall schon deutlich anspruchsvoller als der... Als der erste, ja. Ja, definitiv. Ich bin schon wieder auf der Kiste gesporen, gelandet. Oh, krass. Ich werde so sterben, oh, krass. Wum, 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 wum. Man darf, keine Ahnung, wie geht denn das? Wie kommt man denn hierher? Ich glaube, du musst am besten unter irgendeinem Block... Guck mal, du fällst ja ganz sanft runter. Ah, wieder an der Seite aufgeditscht. Mein Gott, das ist ganz schön mies. Ja, das ist ganz schön mies. Vor allem, weil du so hoch fliegst. Ja, du fliegst ganz schön weit vorbei, ne? Ja, ja. Kommt zwar immer genau auf die Kiste drauf. Ja, aber dann bin ich tot. Ja, ich auch. Warte, ich versuche mal unten drunter an irgendeinem Block hängen zu bleiben, ne? Das ist eine gute Idee, aber die Sprungkraft hast du nur ein paar Sekunden. Das heißt, du müsstest... Denk mal, du musst... ...irgendwo drauf... ...neben und dann ganz schnell hinrennen. Oder du musst irgendwo drauf landen oben erst. So, da darf gar nichts über dir sein, sonst kommst du gar nicht hoch. Boah, ich bin schon wieder auf dieser Plattform gelandet, ne? Und ich bin mitten in der... Ich auch, schon zweimal. Aber das ist jetzt echt schwer, muss ich sagen. Verdammt schwer. Boah, jetzt bin ich vorbeigeflogen. Ach du Kacke. Boah, das ist richtig anspruchsvoll. Guck mal, ob man das auch ohne Diamant schaffen kann, okay? Ja, guck mal, ob das Level freigeschaltet wird. Ich weiß das ja nicht. Ja, das ist freigeschaltet, das ist freigeschaltet. Der Diamant ist nur optional. Ah, okay. Gut, dann komm ich mal. Ja, weil das Level ist dann... Hier, ähm... Du musst es nur schaffen, dann hast du es geschafft. Level 4. 4. 3. Ja, das klappt gut. Weil mit den Diamanten zu finden, wird wahrscheinlich... Und... Ey, jetzt hat er mich nicht... Doch, jetzt hat er mich nicht... Äh? Okay, was passiert? Äh? Geht bei dir was? Ja, ich bin hier, auf jeden Fall, ja. Du bist doch auch gerade... Du hast nur einen Schalter gedrückt. Ach nee, da kommt man zurück. Hier, Level 4 Symbols. Ach so, jetzt passiert was. 5, 4, 3. Ach du Scheiße. Nein, nicht schon wieder. Und ich bin direkt auf dem Glas hängen geblieben. Pfff. BAM. Ich versuch rechts oben. Oh, nee, das ist die gleiche Kacke wie beim letzten Mal, ne? Ja, aber das ist an... Ich glaub, das ist schwieriger. Also die beiden oberen sind es nicht. Ich glaub's auch. Also zumindest ist es auf jeden Fall länger. Nee, ich weiß gar nicht, was oben ist und was unten ist. Äh. Schon wieder verloren. Besser versuchen das... Warte, wir müssen immer in die gleiche Richtung gucken. Immer in Richtung des Roten. Guck immer in die Richtung des Roten, da kannst du dich orientieren. Okay, der oben rechts war's nicht. Der unten, der unten links nicht. Auch nicht. Also oben warst du oben oder unten rechts? Ich geh jetzt unten rechts. Ja, okay, meiner war's. Aber da bin ich erstmal vorher auf... Was war deiner? Meiner war's. Welcher? Der unten links. Oben links. Oben links. Ja. Okay. Und oben links und der danach oben links ist es nicht. Hä? Achso, ich hab in die falsche Richtung geguckt. Oh, super. Warte. Fail, fail, fail. Okay, du bist immer noch... Ja, ich drück das Knöpfchen. Ich guck jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung. Der war's. Du musst zum Roten gucken und dann oben links. Ja, okay. Oben links. Okay, der war's dann, ne? So zum Roten gucken. Ja. Oben links. Und dann die, die da drunter sind nicht. Da muss das einer rechts oder... Rechts muss das dann einer davon kommen. Mann. Oh, ich vergesse die ganze Zeit zum Roten zu gucken. Ich treffe immer auf der... Stell dich in die Mitte. Oben links. Oben links. Und dann? Die an... Die beiden... Die kleinen... Unten rechts, unten rechts. Ja, unten rechts. Habe ich auch gerade gesehen. Und dann z agentisch ver, wie ich noch da. Die beiden registrungen sehen Sie. Wie ich auch gerade gesehen hin. Wанию. 更 gut.